Achtung, Achtung, jetzt, jetzt, ja, ja, und, oh, BÄM! Also nein, stopp, so können wir das hier nicht stehen lassen, Moment, da muss ich kurz nachhelfen, und, ja, so ist besser. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus dem Solo-Projekt von World of Warcraft. Mein Name ist TheWonningGamer, das muss ich auch mal nebenbei noch ein bisschen erwähnen, nicht vergessen. Das hier ist Manak, hallo Manak, mit den neuen Schulterstücken, hallo Schulterstück, finde ich cool. Ja, und jetzt, äh, äh, knallen wir hier die nächsten beiden Instanzen durch, beziehungsweise eine von den beiden. Ähm, schnappen wir uns mal einen, äh, ja, gucken wir einfach mal, in welcher Instanz wir landen. Wenn er noch einer will, wir warten auf 3DDs, das ist auch ein sehr, sehr schönes Bild, muss ich sagen. Ist traumhaft. Ja. Och. Mai, hab ich nen Brand. Eui, eui, eui. So, man sieht's noch hier bei Recount, muss ich kurz sagen. Das ist hier von der letzten Instanz, mit dem pubertierenden Schamanen hier. Ach, jetzt kann ich's sehen. Malon, 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 Blackrock. Okay, Lordran, also, äh, ne, Lordran, der, der, äh, Tauren, äh, Tauren-Schamane, der kam von Blackrock und Garrosh. Okay, also, 3 aus derselben Gilde und die anderen beiden waren neutral. Garrosh und Blackrock. Cool. So, wie schaut's aus? Immer noch, äh, keiner, die Dela irgendwie in der Warteschleife mit drin. Das heißt, wir können ja jetzt noch ein bisschen, äh, machen wir mal ein paar Quests, ah, währenddessen. Ähm, ja. Mal sehen, vielleicht wird das ja noch was, wenn nicht, dann nicht. Oh, einer ist schon mal in der Warteschleife. 1 von 3, super. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Wir müssen da hin. Ah, okay, alles klar. Das kann ich mal schließen. Das kann jetzt wieder hier runter. So ungefähr. Perfekt. Kann ich sogar noch ein bisschen kleiner machen. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Nee, äh, der eine ist ja ausgestiegen. Entschuldigung, wer ist denn ausgestiegen? Wer war denn das? Äh, ich glaube... Salucci. Nee, gar nicht wahr. Irgendeiner von denen ist ausgestiegen. Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Ist egal. Passt. Schon. Irgendwie. Ich habe übrigens Post gekriegt. Ja, das Entwicklerteam von WoW. Die haben nämlich ein kleines Päckchen fertig gemacht. Und jedem Charakter ein Päckchen zugeschickt. Und, äh, der Inhalt dieses Päckchens beinhaltet, haha, dieses Päckchen beinhaltet unter anderem einen kleinen Questboost, wenn ich das richtig im Kopf hatte. Oder Levelboost allgemein. Also zum... Man levelt ein bisschen schneller und man kriegt dann noch so eine Verkleidung dazu und so weiter und so fort. Also ist vielleicht ganz nett, aber ich persönlich... Uff. Ja. Man kann's... Ach, komm, pass auf. Ich mach gleich mal auf. Man kann uns das selber mal angucken. Zeig ich euch das mal. Oh, deutsche Sprache Arsch, Alter. Schlimm ist das. So, wir sind jetzt da. Halli, hallo. Guten Tag. Haben wir hier die Quest abgeben? Ach, ich habe euch erwartet. Ähm... Ähm... Was nehmen wir denn? Der hat ja nichts. Okay, dann gehen wir nach den Preisen. Also wir kriegen hierfür 12 Gold, 10 Gold, 12 Gold... Äh, okay. 3 mal 12. 12,41. 12,55. 12,51. Dann nehmen wir den Stab mit. Wir sehen uns wieder. Äh... So, und dann verhökern wir den Rotz. Aber bevor wir den Rotz verhökern, schnappen wir uns nochmal kurz hier... ...den Flugpunkt. Geben hier die Quest ab. Und stellen fest, dass wir hierfür gar nichts kriegen. Also können wir hier nochmal die Quest dann ebenfalls mitnehmen. Und hier kurz was Verkauf. Reparieren brauchen wir uns nicht. Okay, den verkaufen. Das behalte ich noch. Äh, ja. Ah, hier noch der Kleine. Äh, helft Jenny dabei? Ach, Jenny. Ja, Jenny. Jenny, Jenny. Jenny ist hier... Also Jenny hat hier die Arschkarte gezogen. Und zwar ist Jenny nämlich ein, wenn ich mich richtig erinnere... Ein... Ich habe euch erwartet. Maulpackesel. Maulpackesel. Habe ich das richtig ausgesprochen? Heißt das so? Maulpackesel. Pass auf. Äh, achso. Sieg in der Teiche. Okay, wir können das ja als erstes machen. Pass auf. Ähm. Fertig zum Transport. Jenny sichert zurückgebracht. Ladung nicht verloren. Oh, wir müssen in die Richtung. Hier müssen wir hin. Ne, wir müssen Jenny holen. Und ich bin der Meinung, Jenny ist so ein Packesel. Leider. So ein schöner Name. Äh, was heißt Jenny? Also Jenny, äh. Jenny ist, ne, die... Ähm. Ich sag mal Abkürzung von Jennifer. Ne, Jenny, Jennifer. Irgendwie so. Und, äh... Dass Jenny hier den... Oder dass... So ein Packesel den Namen Jenny bekommt, ist natürlich echt... Ah, uh, zwei von drei. Uh, es läuft. Geil. Ach, verdammt. Ich wollte doch wegen der Post gucken. Idiot. Idiot, Idiot. Sorry. Gut, dann kümmern wir uns erstmal hier um so siedende Teiche. Jetzt können wir Madame kurz schnappen. Oh, da vorne war auch noch eine Quest. Äh, mal pfeifen. Benötigt ihr die abgestürzte Flugmaschine? Abgestürzte Flugmaschine. Hier haben wir eine abgestürzte Flugmaschine. Hallo? Guck, da ist Jenny. Was hab ich gesagt? Ach, ey. Ist das ehrlich? Das ist zu weit entfernt. Yay. Also ne Rupp. Und los geht's. Solange wie der eine die Läder noch nicht angenommen hat, kann ich hier weiter mördern. Kein Problem. Meucheln und mördern. So, ich glaube, wenn ich fliege, kommt Jenny ja trotzdem noch in der... Na, nicht ganz. Gut, pass auf Jenny, dann machen wir's anders. Oh, noch nicht mal so kommt die richtig mit. Oh, cool. So. Los geht's. Traumhaft. So. Okay, wir haben Morphinchen, Jules. Oh, warte mal. Kurz eben Quest annehmen. Quest annehmen. Quest annehmen und Quest annehmen. So. Jules oder Huls. Nerkolic und Azra. Oder Ezra. Hm. Schön. Äh, Morphinchen heilt uns. Heilt mich. Und hat die Krone auf. Warum auch nicht? Ich schreibe mal Hallo. Mal sehen, wer drauf reagiert. Hey, cool. Wo, 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 wo. Das ist zu weit. Hallo. Okay, Hexenmeister. Man sieht's hier gerade. Erlittener Schaden. Hexenmeister ist auf Platz 2. Relativ dicht dran. Gut, die Eier sind schon mal zerstört. Warte mal. Ich würde gerne hier von der Seite zuerst angreifen. Bitte. Ja. Shit, ey. Abklingzeit, abklingzeit. Moment. Sechs Sekunden noch. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und jetzt. Und jetzt. Okay, so, dann kommen wir mal zum ersten Boss. Ich hab lange nichts mehr über den ganzen Boss erzählt, ne? Muss man kurz überlegen. Also bei dem Boss ist es so, dass ich entweder kurz vor seinem Tod oder nach seinem Tod noch ganz viele kleine Eds komme. Ganz viele kleine Spinnen. Da kommen sie schon. Okay, nach seinem Tod. Alles klar. So, warte. Warte. Was haben wir denn jetzt hier, schöne Platte? Ach, Intelligenz. Paladine. So. Okay, da rennt schon wieder jemand vor. Ach, guck mal hier. Ich hab meinen Frosty gar nicht ausgepackt. Hallo, Frosty. Hallo, Malak. Und sonst so? So, die Stelle war damals extrem heikel. Heikel. Ähm, man musste hier zuerst, genau, die musste man zuerst ziehen, weil nämlich Hathronox hochkommt. Hathronox ist diese Riesenspinne. Man sieht sie unten rechts. Wow, 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 wow. Wow. Ähm, ich steck gerade irgendwie fest. Wow, alter. Oh, oh. Ja, gut. Ähm, schnell wiederbeleben, wenn's geht. Wir sind im Kampf. Sorry. Bin in fight. Oh. Oh, ich renn rein. Ja, was anderes bleibt mir ja nicht übrig, weil Hathronox kam gerade schon rauf, wenn ihr das gerade eben im Augenwinkel gesehen habt. Und, äh, ja, jetzt muss ich zusehen, dass ich hier schnellstmöglich wieder reinkomme. Oh, wo muss ich denn längs? Ich glaube, ich muss hier längs. Ja, das war jetzt noch ein kleiner Umweg. Äh, das war ein Riesenumweg. Das ist auch ein Umweg? Scheiße, jetzt finde ich den Weg nicht. Alter. Hier, Mann. Ganz einfach, hier. Oh, guck mal hier, die eine Quest kann ich nochmal abgeben, das ist doch genial. Oder zwei sogar. So. Oh, äh, warte, warte. Vier, 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 vier. Wir nennen den mit. So, gab's hier noch... Ne, okay, jetzt hat keiner mehr was dazu geschrieben. Die scheinen wohl auch gut durchgekommen zu sein. Kann ich das irgendwie hier kurz gucken? Ja, stimmt, die laufen schon weiter. Moment. Da. Laufen schon weiter. Gut, ja, dann ist ja alles tutti. Die, ne, dann laufe ich jetzt ganz entspannt da einfach mal hinterher. Es sei denn hier, Necrolik, oder Necrolik, warum er da ausgesprochen wird, der Hexenmeister würde jetzt freundlicherweise... Ich glaube, das kann der Hexenmeister. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich hab lange kein Hexenmeister mehr gespielt. Ähm, jedenfalls war er damals in der Lage, Portale zu öffnen. Um die einzelnen Charaktere porten zu können. Ja, guck mal hier, Arthronox liegt. Klasse. Habt ihr gut gemacht. Stolz auf euch. Und die sind schon wieder in die Etage tiefer. Also ich bin der Meinung, dass der Hexenmeister damals so... Tank, machst du danach noch eine? Äh, wenn, dann, aber, spezifisch. Wenn, dann, aber, spezifisch. Jo. Fragt nämlich gerade Kules, oder Jules, der Schurke. Der fragt gerade, ob ich noch eine machen würde. Noch eine Instanz. Boah. Jetzt hab ich geschrieben, wenn, dann, aber, spezifisch. So, hopp. Die sind schon im Kampf, super. Äh, Schurke kratzt gleich... Nein, Schurke ist noch da. Ja, gut, wenn die gleich noch eine rennen, würden, wollen. Obwohl, jetzt gibt's keine Rückmeldung. Aber ist egal. So, ich bin wieder da. Hallo, schön, dass ihr gewartet habt. Ist ja auch nicht nötig, weißt du. Guck mal, die sind hier so durchgekommen. Die haben Hathronox so gelegt. Und Hathronox ist, äh, kein Zuckerschlecken, muss ich mal sagen. War's damals zumindest nicht. Äh, alle da? Ja, gut. Dann kann's losgehen. Oh, nein, 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 nein. Nicht, nein. Lauf doch. Das ist immer schön in Bewegung bleiben, weil, achte mal auf den Boden. Da. So, jetzt kommt der wieder hochgeschossen. Oder auch nicht. Doch, müsste eigentlich. Ah. Weg, 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 weg. So, jetzt aber. Komm schon, bitte, 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 bitte. Danke. Cool. So, ich hätte den noch mitnehmen. Da kommt, äh, jetzt Questgeber. Kann ich die Quest gleich abgeben hier? Wenn er denn angetackelt kommt. Okay. Heiler ist weg. Oh, lad dir mal Zeit, wa? So, was können wir denn schönes? Aus welchen wieder Minus? Oh, 6,9, 6,30, 6,7, 6,30. Danke. So, wer will noch eine? Äh, alter, nein. Ich will spezifisch, Kollege. Und ich kann nicht, weil Asra zu low ist. Mit Stufe 70 kommt er da noch nicht ran. Jetzt fragt er schon wieder. Machst du noch eine? Alter. Ah. Äh. Brauche noch Feste. Jetzt. Jetzt kann ich. Das ist mir nicht wichtig. Er fragt gerade hier. Äh, ja, so. Von wegen. Äh, random, ne, zufällig. Klar kriege ich die EP-Punkte, äh, die EP-Punkte und so weit und so fort. Aber ich will echt spezifisch laufen. Und deswegen, äh, sehen wir uns gleich wieder. Folge ist nämlich vorbei. Und mal gucken, ob wir in der nächsten Folge dann die nächste Instanz rein. Joa, kann ich ja gleich mit dranhängen. Passt. Gut. Also, haut rein, liebe Freunde. Tschüss, ciao. Auf Wiedersehen. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.